so oder sind bei rock da nicht runterfallen kann ich nichts machen schade wo bist du gimme sorry wollte kurz nur meine aggression rauslassen ich verstehe ich verstehe ich anders tut habt ihr das gehört heißt es wir sind richtig leute ganz kurze unterbrechen mal eben so machen wir weiter keine ahnung was hier los ist eigentlich meine nase läuft schon wieder ich hoffe ich erkenne mich jetzt nicht demnächst da wenn ich gut das wenig gut so kurz vorher fahrrad rein nein nein das ist doof es wird doof gut wollen wir jetzt hier weiter wir haben es geschafft pflanzen kaputt machen reicht es das sieht schon wieder so aus moment so erstmal dich dagegen werfen und da ist wahrscheinlich Legolas dran oder ah hier heißt es das kann man dann erhellen oder was hier unter dem stein oder so leicht doch dass Legolas dran ist ja springst du richtig jetzt so kleiner eumel du ich bin nicht ich bin nicht Eragon boah mieses gift schwert oder was du musst ja lang jetzt kann ich jetzt die statue kaputt machen ne Moment kleine spürnase du wo ist der ring er hat sich boromis er hat sich boromis so grimmig guck kein Junge saa wie klein scheiß urugais ja so machen die äh hier Legolas und die machen die auch was oder gucken die nur zu die kulturelle zu speichern kann man ganz kurz mal eben Oh yes, du hast richtig gesehen. Ich hab dich abgeballert. Zack, zack. Boah, die wollen richtig Stress, ey. Die wollen richtig Stress an. Dahin ist was versteckt. Oh Gott. Das kann man wieder nur, wenn man irgendwas Spezialgeschäft hat, anscheinend kaputt machen. Da oben ist auch irgendwas Goldenes. Oh, da muss mich wohl einer werfen. Also Gimli werfen. Hö! So, Gimli. Machkez 6, Jumli. Machkez 6. Sack, ich komme jetzt drauf. Nein, ist gut. Das war's für heute. So, klemmen wir den auch noch ab. Wo müssen wir denn lang jetzt hier? Ah, da. Schärms. Das Horn Gondors. Boromir. Oh, Gott. Bam, bam. Oh, Gott. Das ist ein Bosskampf. Okay, okay, okay. No. Du Schwein. Ah, klar, das war so logisch. Ich will da oben noch den Entwurf haben, mein Gott. Lesbisch los. What? Wie kommen wir jetzt da hoch? Was ist das denn? Achso, Speicher. Kann ich schaden. Äh. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Boromir, kann der irgendwas Besonderes? Der kann nur draufhauen. Der kann auch nur draufhauen. Hä? Achso, muss ich vielleicht. Ja, vielleicht kann ich das kaputt machen. Kann ich das kaputt machen? Ich will das kaputt machen. Wahre Abenteurer. Yeah, boy. Ulak, d'dak, chak, d'dak. Er damit. Zack. Und dir auch noch eine gegeben. Ja. Ich will das kaputt machen. Hau mir, Junge. Hau ihn doch nicht kaputt. Äh, okay, dann. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, ich bin nämlich unverwundbar. Springst du mal? Bämms. 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 Das war's für heute. ein Kind. Ich weiß nicht. BAM! Komm nur runter, wenn du dich raus. Du, lass mich raus. Ich brauche dich kaputt. Ich bin Emerald-Gordon, juhu. Hä? Wahnsinn. Ah. Ah, okay. So ist es also. Okay, ah, alles klar. Ich kann ihn nicht schlagen. Okay, alles klar. Warum kann ich ihn nicht schlagen? Was soll das? Komm runter, du Schisser. Ach so, ich muss immer erst deine Leute töten. Ausgewichen. Was sagst du jetzt? Zack, kriegst du eine mit. Ich muss immer erst die Leute töten, die jetzt kommen. Und dann kommt er runter. Okay, alles klar. Bäh, ein Schlag, du bist tot. Wenn Aragon mal im Rage-Mode ist, ist es vorbei. Komm runter, Junge. Komm einfach runter. Weißt du, du triffst mich. Komm runter, Junge. Komm runter. Komm, lass uns kämpfen. Komm runter. Komm runter. Spaz, mieses Battle. Und du verlierst. Hä? Warum hier, Junge? Er ist noch nicht tot. Sie haben die Kleinen. Bleib ruhig. Frodo, ich versuchte, Ihnen den Ring wegzunehmen. Der Ring ist für uns jetzt unerreichbar. Ich weiß nicht, welche Kraft ich aufbringen kann, aber ich schwöre dir, weder wird die weiße Stadt fallen, noch wird unser Volk versagen. Unser Volk. Ich wäre dir gefolgt, mein Bruder, mein Hauptmann, mein König. Oh! Super? Oh, Sam. Los, komm. Ich glaube, hier ist dann der erste Park, beziehungsweise der erste Teil geöffnet. Aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht. Ja, Level abgeschlossen. Wir schauen uns jetzt noch an, wie das nächste Level startet. Und dann beende ich wieder die Aufnahme, weil das passt ganz gut. Und da schmeichelt das Spiel auch wirklich. Und ein Level ist abgeschlossen. No. No. Oder warte, ist da der geendet? Nee, aber ganz kurz davor, wenn nicht. Boah, das ist so lange her, als ich den ersten Teil gesehen habe. Frodos Schicksal liegt nicht länger in unseren Händen. Wir werden Merry und Pippin nicht der Folter und dem Tod überlassen. Lasst uns Orks jagen. Ja! Die Schottkanaxt! Mordor. Mögen die anderen einen sichereren Weg finden. Streicher wird sich um sie kümmern. Sam. Gut, dass du bei mir bist. Ja, sag ich doch. Das war der erste Teil. Da hat der erste Teil geendet. Ja, siehste, ich bin so ein Mega-Brain-Mensch. Spass. Wir überspringen das mal. Ja, da ist der erste Teil geendet und dann ging es dann so richtig los. Beim zweiten Teil. Die zwei Töne. Boah, stimmt. Dann kriegen wir ja später noch holzigen Besuch. Freue ich mich schon drauf. Na, wie lange lädst du denn jetzt? Ja, wie gesagt, der erste Film und das letzte Level sind beendet. Das heißt, ich beende jetzt hier auch, wie gesagt, die Aufladung. Zack, zack, zack. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Denke ich, haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Danke fürs Zuschauen.